Jetzt! Naja, also hier ist eine größere Umratansammlung. Aber wie gesagt, das ist auch Baum-Schnitt, aber es gehört sich nicht daher. Es gehört sich nicht daher. Also das ist aber auch nicht unser Job, dass wir den wegmachen. Wir brauchen noch was fest, dass wir vom alten Verein sind. Da ist ein Plastik, da ist ein Plastik. Da ist aber nun mal ein Plastik. Das haben wir schon mal gemeldet, gell? Ach, das ist das, dann kann man ja noch leicht nach. Das ist schon länger her. So lange ist das auch noch nicht. Wir nehmen halt auch nicht raus. Also das könnt ihr auch nicht, dass das... Ist das Kraftcheck, ja. Nein, das war wahrscheinlich nicht. Die Pfeffer sammelt es da. Ich sortiere das jetzt gar nicht mehr aus, weil ich... Haut es an da oben und dann liegt der ganze Dreck da. Die Pfeffer sammelt es langsam in Schwerstarbeit aus. Meie, 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 meie. Das ist ein Karton, oder was ist das? Fußboden. Feuerlöscher hat der Nobby schon zusammen. Und weg zum浮ar dasedrück, Das ist wieder das jetzt... Und weg zum Prinzip aus. In Michael. Nicht mir gucken... Das ist wieder darüber nicht genau.